aber gut ich finde diese technik schon super wir können unsere kurze jetzt wirklich optimieren und das ist schon hervorragend werden wir sicher jetzt öfters nutzen und ich möchte wirklich auch die felder alle das play safe machen sobald der helfer das machen muss muss das über kurs wir machen und dann lerne ich ihm das diese karte wenn wir jetzt ziemlich lang spielen auch weil sie eben so wie in der söhne ist so finster aber ich runde werden kleiner und wir gehen gleich in runde 3 sehr schön vom Geld her bleiben wir auch immer auf dieser zweite Reihe wir werden über Mitternacht runterfallen das bis Mitternacht werden wir noch im Plus bleiben dann werden wir ins Minus fallen werden allerdings die Strohballen die wir dann da unten raus kriegen sowieso auch auch gleich verkaufen dann werden wir mal schauen dass der Skälbel in die Höhe schießt wie gesagt wir schauen uns das an das ist natürlich jetzt nicht riesig aber es ist halt eine billige Variation gegenüber den Häcksler was sagt das geht eigentlich nach dem Haufen gut also der Plan steht gruben müssen wir dann dort hinten noch die zwei Felder pressen müssen wir wenn wir mit dem pressen fährt sind werden wir gleich runter fahren wird gleich das Zamsch fahren das soll nach Haus fahren ich werde pressen dann werden wir mal einen Ballen Ladewagen holen da sind schon Ballen raus gegangen das ist glaube ich von der Wertschiene her jetzt ich habe noch eine unbezahlte Rechnung von 31.000 ups das soll man dann gleich klären mit ihm mich haben wir schon ein bisschen was jetzt angesammelt und Gras haben wir auch ganz schön jetzt in griff was wir uns anschauen müssen im Feldpreis immer zwischendurch wie gesagt die haben wir ja günstigst gekauft und wenn natürlich der Preis stimmt wenn wir sie auch wieder verkaufen verkaufen so mit der so trotz ist cool Wir sehen uns beim nächsten Mal. Session. So, let's do it, let's do it, let's do it again. So. 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 nämlich tun wir nicht so viel um einander tun wir nicht so viel 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 So, Dann kommt er wieder raus. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was macht denn der jetzt? Was macht denn der jetzt? So Aber das wurde nicht Was macht denn das? Was macht denn das? So Wunderbar Schaut zwar geil aus, aber macht nichts oder Sinn So Good Good Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. So, was mit ihm war ich? Ja, da sehen wir das ganze Stroh noch, aber gut nächste Folge Strohballen laden.